Im schönen Eckernförde möchte Topaz seines Hauberlehrlinges Erol heute mit einer ganz besonderen Erscheinung beeindrucken. Erol, wir werden heute meinen größten Jugendtraum verwirklichen. Echt? Mhm. Ich hab mal einen Film gesehen, da ist eine wunderschöne Frau, weißen Bikini, auf einem Schimmel den Strand entlang geritten. Topaz möchte also ein edles Ross samt Bikini-Schönheit erscheinen lassen. Leider scheitert es jedoch bereits am Pferd. Ein Pferd mit Geweih. Toll. Ja? Das ist doch ein großes, riesiges Pferd, einen großen Schimmel. Und jetzt bekomme ich hier Rudolf. Naja, ist doch fast so ähnlich. So ähnlich. Fast so ähnlich. Vielen Dank, liebe ARD. Vielen Dank für den großen Schimmel. Topaz, willst du den Trick trotzdem noch machen? Ja, das Rentier kann ja nichts dafür. Sieht sogar hungrig aus. Und wir zaubern mal für das Rentier. Rudolf? Ja? Nichts in der Hand, nichts im Ärmel. Ja? Findet er auch. Kartoffeln? Er hat sehr gerne Kartoffeln. Möchtest du ihm eine geben? Ein leerer Strand und nichts als Sand. Aber was hat es mit dem Pavillon auf sich? Nun, damit ein Pferd erscheinen kann, muss das Rentier erst einmal spurlos verschwinden. Er würde ohne Kartoffeln das Kunststück gar nicht machen. Deswegen, Erol, gebe ihm eine Kartoffel und führ Rudolf in den Pavillon. Gut. Jetzt geht's los. Kamera. Kamera. Diese Einstellung wird nicht mehr geschnitten. Wenn Sie bei uns hier am Strand werden, würden Sie genau dasselbe sehen. Ja? Es geht ganz schnell. Das ist ja auch unser Fabillon. Hat im Moment Rudolf in seinem Inneren. Errol. Jetzt erscheint die Frau im Bikini. In drei Sekunden. Ich hoffe. Bist du bereit? Eins, zwei und drei. Ein Rentier, das an einem menschenleeren Strand innerhalb weniger Sekunden spurlos verschwindet. Das ist einfach magisch. Wo ist Rudolf? Wo ist die Frau im Bikini? Ich weiß nicht. Hm. Passiert mir aber öfter. Ich habe schon ganz viele Rentiere auf die Art verloren. Aber ich kann eine Frau im Bikini erscheinen lassen. Wirklich. Jetzt. Zweiter Anlauf. Aber jetzt. Boderek am Strand im Bikini. Jetzt hat es geklappt. Pass.